Herzlich Willkommen Leute zu einer Runde Guess It! Heute zusammen mit Krabs, Maru, Vita, Verdemis, Granz und Marv. Und dem echten Dalu. Der echte Dalu. Und Janbo. Ich komm auf den Fernsehen. Janbo macht sich direkt hier schon mal einen Namen. Behaupt doch das Badumts. Sich selbst Badumtsen, das ist schon was. Janbo, er kennt bestimmt alle Begriffe hin. Baba Jumbo. Hoffentlich fang ich nicht schon wieder an. Doch, wenn du zuerst das steht. Warum war ich YouTuber, bitte? Ja, ich bin. CREBSY! Oh, jetzt wird's wieder hart. Das wird ja interessant, Freunde. Das wird ja interessant. Das wird ja interessant. Das wird ein Bichselart. Oh Gott. Oh, da ist ein Ballon. Boah, das wird vier, ne. Wir müssen ein mehr machen. Bisschen größer, tut mir leid. Zack, 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 zack. Direkt Pixelart, mal lieber Befragen. Obama? Ah, ne, 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 ne. Ja! Bin ich gut, oder bin ich gut? Oh, mein Lieber ist wieder verschrieben. Oh, Mann. So ne Kacke. Jumbo! 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 Jumbo, Jumbo! Der kennt uns ja gar nicht, ey. Bobo! Bimbo! Wie der kennt uns nicht. Wir sind bekannte YouTuber und jeder kennt uns auch nicht. Ganz zumindest. Bis... Bis Montag, ne? Okay, dann ist alles vorbei Ey Leute, da seh ich nix mehr Brauchstand? Hahaha Der gute Brauchstand Das war ein Insider Der gute Brauchstand, der darf nicht fehlen Was ist das? Ja! Echt jetzt? Easy go, ey Ach, so ne Kacke Ach so, ach so Hä? Weißt du, da wollte ich's richtig Detailliert machen Bin ich zu sehr ins Detail gegangen Keine Ahnung Selbst Mark hat's gerade Was soll das sein? Echt jetzt? Ich hab erst Küche die Messer gegeben Nein, Grants! Jetzt kommt wieder was Grants-Wertiges Oh Gott, das kann ja was werden Ich schweb schon mal Brauchstand Hahahaha Es ist Kostengrabe Dann nehm ich mal Wackle Pooling ist es auch nicht Hahahaha Hallo! Warte mal weiter! Hallo, die FK gehen hier! Ja, wir wissen, dass es Neser warzen auf See in Sandis Aber was ist das denn? Was ist das denn? Ihr Noobs! Blumenbeet Ihr Noobs! Jan, wo hat's denn? Beet hatte ich schon, aber Hahahaha Alter, das ist doch Das ist doch Das ist easy game, Leute Das ist die ganze Ich wusste gar nicht was zu zeigen Und was macht er da jetzt noch? Gehört das mit dazu? Das ist Langeweile Das ist ein Pfeil Ja Das ist ein Pfeil Wo ist das denn ein Pfeil? Das war NEVERWARZEN Nein, ich hab Lesserwarzen Nein! Lesserwarzen Oh Gott Kenne ich doch nicht mal Was ist denn das? Ich hab Lesserwarzen geschrieben Ich kenn doch nicht mal das Ding Was ist denn das? Das war das Das, was da lag Achso Na gut Das war so wie das Lila vorhin Das kannte ich allerdings auch nicht Ich hab doch aber grad gesagt, das ist Erde mit Lesserwarzen Auf deiner Seite Ne mach mal noch hier Mach mal noch da wo wir sind Ach scheiße Ne ne Ich stell mich einfach hier so schrie Das ist 2D Klagemauer Ne Das nicht aber iPhone Hat nur eine Seite iPhone Gameboy Ich hab jetzt auch geschrieben Was? Was ist es? Ah klar Oh nice Jetzt bin ich auf der falschen Seite oder? Hä? Welche sind wir auf der richtigen Seite? Hä? Achso Was machst du was? Was machst du was? Das ist irgendwie Ja! Nein! Das ist Mavi Lass du beschreiben Was ist denn das? Was ist denn das? Welche Seite ist die Richtige? Was ist cool? Ach du Scheiße Komm mit Demons jetzt hau was raus Komm mit Demons jetzt mach mal was richtiges Nicht so ein Quatschen wie hier Alter hier wer Ich bin Erster Ja du cheatest ja auch Mit deinem Warzen da Oh Jumbo der leg gleich los Blond Haare Ach Gott Ein Japaner Kann doch nur hier das ja im Moment Ich hab das waren die Augen Das ist doch wieder ein Schlüssel Ja Okay Leute jetzt wird interessant Was macht der? Was ist es? Das soll es werden Es ist auf jeden Fall symmetrisch Na Grand Wie denn? Wie denn? Da ist doch nix Ich hab nur mein Homie ey Was soll das sein? Doch Kann auch Mord mal Vielleicht ist es dann ein bisschen eindeutiger Ja genau Mach es einfach nochmal wieder weg Wir wissen ja was es halt gut ist Wo ist das denn total gut? Was ist das? Holzbein oder was? Ich hab nur eine graue Wolle Eine Waage Sorry Leute Ich hab keine Waage Wie soll ich das denn bauen? Also Grand hat's erwarten Alter du hast Anna eine Minute 40 Sekunden Zeit Da kannst du wohl ne richtige Waage bauen Sah erst aus wie so ein Strichmännchen mit Schuhen ey Ich dachte erst an Humor Simpson oder so Unterkörper Schuhe Ich hab gewartet zu was das wird Wenn mir das Sinn ergibt Waage Ich weiß nicht mal wie man das bauen soll Best mit Klötzen Aber die Einzelteile Ja Wir brauchen noch Wenigstens kriegt hier keiner Punkt Ne das kriegt keiner Ich hab nur einen Punkt Schnecke ist es nicht Schnecke ist blöd für das Spiel Heiße Draht Auto Was soll das? Oh der Spider jetzt war auch nicht da wo man nichts sehen kann Jetzt gibt's hier unten noch was Leute Jetzt macht's Sinn Nein der Buchstab H Es ist ein H Leute H A Nein Harry Potters Name Ho Mo Ho 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 Ich steh auf der falschen Seite Was steht da Hof Ho 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 Was ist der Horschel Was haut denn da oben noch ein H Ich hab's doch geschafft, Mann! Horn? Ein Horn! Geil! Wie braucht man das? Ja, super! Wollt ihr mich verarschen? Ich hätt so ein Büffelhorn genommen. Also ich nehm wieder Steine, ne? Was ist denn ein Büffelhorn? Schnecke. Ist es nicht. Schnecke. Und, weißt du schon, Grants? Schreibt ihr die alle im Skype oder seid ihr in der Gruppe? Ich glaub schon. Oder seht ihr nix? In der Proberunde habt ihr Grantson Mitleidspunkt. Ich wollt euch ja nur hier in Sicherheit wiegen. Das könnte was klein sein. Maru, zwei doofe Eingedanke. Ja. Wie heißen die Dinger denn? Ah! Nee. Nein. Oh Gott. Oh, ich schieße nicht mehr. Nice! Oh, komm! Okay, ich wusste es. Wer ist es gewesen? Marv? Perfekt. Was soll das denn sein? Ich probier das mal. Mit euch ist es viel schwerer zu raten als zu bauen, ey. Ich hab keinen Plan. Ich hab euch der einzigste. Komm, Bonus-Paste gibt's mir! Ich hab keine Ahnung mehr. Kalender! Kalender! Ach du... Er ist drauf gekommen. Es ging also. Ey, Marv, eben waren wir noch die Schlechtesten, ne? In der Probe. Ja, ich bin vor Dalu-Kart! Wir haben nur getan. Ja. Keiner, keiner bitte erraten, was Dalu da macht. Dann bleib ich vor ihm. Traitor. Ich komme jetzt zu euch geflogen. Kommt erst zu mir. Ja, komm bitte erst zu mir. Nicht zu dir überall. Was machst du? Ich flieg einmal rum. Einmal rumfliegen. Einmal rumfliegen. Kaputt! Was? Toll. Bei mir bist du ja gar nicht vorbeigeflogen, Dalu. Was? Ich flieg einmal im Kreis rum. Ich kann ihn nicht machen. Das rutscht. Guck doch, was er in der Hand hat, Jungs. Ich hab's da nicht gesehen. Der seh ich nicht. Er war ja 50 Meter von mir weg. Ich war ja in der Ecke hier. Ich seh das auch nicht. Kann das nicht erkennen. Egal, da hat er den Sattel gewonnen. Warum gehst du zuerst zur Grenze? Ich hab das ja noch nicht mehr erraten. Wenn du anfängst zu bauen, kannst du die Spieler nicht wieder anzeigen lassen. Ach so. Ich hab's auch eh nicht erraten, also. Du bist ja... Ich hab nicht auf dich geguckt, weil du rumgeflogen bist. Ich dachte... Ich hab in ihr Vierter auf jeden Fall. Gretens hat das gewonnen. So ein Quatsch, ey. Ja, das war... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier unten. Tschau. Tschau. Tschau.